Aber heute nicht. Ich muss in den Sportstudio. Ich hab die Hose. Ich kann nicht in den Sportstudio mit der Trainingshose. Ihr spinnt. Seid vernünftig. Aber ich kann heute nicht. Ich hab nur mein Trinken. Ich muss in den Sportstudio. Ich hab keine andere Hose. Ich hab jeder Hose dabei. Die passt mir. Was haben Sie denn für Paar? Ich mach nix. Ich steh einfach hier. Hassan, bitte. Ich brauch meine Hose. Ich brauch mein Trinken. Ich muss hier sein. Dann seid vernünftig. Ihr könnt das alles machen, aber bitte nicht über die Hose. Das schaut furchtbar aus, wenn ich im Sportstudio mit so einer Scheißhose ist. Vorher, weißt du, was passiert ist? Als ich abgehauen bin, hab ich wieder einen Faserriss. Bitte, Junge. Jetzt hier gerade zwei Trottel da. Sie sind vor der Bierdusche weggelaufen? Ja, sicher. Jetzt hab ich wieder einen Faserriss. Habe ich schon wieder gemacht. Es wäre schlimmer, wenn ich den hätte. Stell dir mal vor. Ich hab wieder einen Faserriss. Es ist zum Kotzen. Nein, ein Faserriss, glaub ich. Zum Kotzen.